Boah, du hättest da drauf schreiten müssen, vermisst! Vermisst! Du hättest den raus photoshoppen müssen und dann war mit dem Fall vermisst! Warte doch, Farid! Ja, warte, ich muss hier nochmal... Okay, Kevin, hattest du mal bitte vor der Kamera! Wieso? Au, ja, bloß! Au, ja! Farid sieht so behindert aus! Farid sieht so'n Scheiß aus! Wer hat denn bitte einen Raum angesprüht? Alter, wir gucken jetzt erst mal das Raum her! Komm, Junge! Das klebt nicht richtig! Das klebt nicht richtig! Achso! Das klebt nicht, alles geht! Nein, mach das noch ein bisschen besser! Mach's doch unten! Ruhm einmal! Genau, ich halte es! Nein, das klebe! Und mach's dann wieder aus dem Klebeband drauf! So! So, warte! 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 Ich fang jetzt, Alter! Da ruft gleich noch jemand! Die Polizei, Mann! Wunderschön! Wie wär's mit dem Zell? Okay, jetzt müssen wir das ziemlich schnell weggehen! Komm, Farid! Komm, Kevin! Du kommst auch! Komm schon, mach mich nicht herfen!